Zack, einmal Kopf ab. So, Partner, komm bei uns, schön hinten drauf. Herrlich. Tja, Ahsoka, schafft die auch mal einen Typen, Mann? Habe ich doch gesagt, Steps, aufwärts. Habe ich mich auch gerade gefragt, weil es extrem lagte, aber jetzt geht es ja schneller. Ich hatte gerade schon Angst, dass wir dieses ganze letzte Level im Lagen spielen müssten, aber ich muss hier nur aufpassen, dass ich nicht in diese Strahle fliege. Ach, diese Dinge, da reißen uns auch mit, wenn wir nicht auf diesen grünen Plattformen... Hä, warum sterbe ich denn hier? Immer. So, hier lang, immer schön weiter, auf den grünen Plattformen bleiben. Boah, das ist heftig und diese Strahlen sind auch nicht gerade süß. Boah, weg da, weg da, weg da. Puh. Pardon, das ist nicht echt gerade die, nicht, was du hier machst. So, nochmal das Artefakt 50, das allerletzte eingesammelt, wie gesagt. Es gibt 50, boah, ganz knapp am Strahl vorbei. Der Ausgang ist nahe, aber echt. Boah, ah ne, da kommt immer mehr. Scheiße, dieses Level hat es echt in sich, Freunde. Alter, das ist ja wie auf dem Jahrmarkt hier, da dreht es sich. Boah, die Sabotage-Druiden stressen hier auch noch ein bisschen. Weg von dem Strahl. Na, der hat uns jetzt erwischt. Scheiße. So, weg, 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 go, go, go. Heilige Mutter, durch dieses... Ich glaube, ich kann die Twilight sehen. Ja, ich glaube, ich kann unseren Tod sehen. Alter, diese beiden letzten Räder, die sind ja echt... Boah, da hat mich der Strahl erwischt. Wie man durch dieses Rad durchkommen soll, ist mir ja wirklich rätselhaft. Oh, da ist die Twilight. Alter, das letzte Rad ist nur noch Glück. Na bitte. Geschafft. Heilige Mutter, die Twilight. Hey, die Steps hätten wir mitnehmen können als Trophäe für ein Museum oder so. Oh, egal. Es ist geschafft. Obi-Wan. Kluge Einfall. Tescas Geschichte. Bring uns hier raus. R2-D2. Ja, die Anlage auf Bepur. Oh, Atombombe oder was ist vernichtet. Gut gemacht. Auf gut Glück. Wir hatten ein bisschen zu tun mit Kultesca. Und das gehörte alles zu deinem Plan, Aiken? Natürlich, mein Aiken. Wo sind Plukun und Kit Fisto? Naja, ich halte mein Maul. Ja, als Skywalker-Plan. Und abwärts. Hey, warum leckt es? Naja, egal. Scheint, weil der Planet gleich explodiert. Naja, geht trotzdem. Sagt er, weil der Planet gleich explodiert. Inhalt wird gespeichert. Bitte schaltet den PC nicht aus. Habe ich nicht vor. Nur noch Sekunden. 1,24. Keine Punkte. Alle Artefakte gesammelt. Und Bronze. Das letzte Artefakt gesammelt. Und die letzte Mission abgeschlossen. Und ich weiß jetzt wieder, ob jetzt ein Credits kommen. Ein Outro. Was das ja eigentlich gerade war. Also ein Epilog. Mal sehen. Ich lasse mich überraschen. Ich habe keine Ahnung. Nein, es kommen die Credits. Developed by Chrome Studios. Chief Executive Officer. Blablabla. Head of Development. Andy Green. Fergus Carroll. John Whiston. Assistant Producer. Ja, ja, ja. Da sehen wir sie alle. Ja. Die Musik ist ja immer richtig nice. Wir haben es durchgezockt, Leute. Wir haben Kulteska in den Arsch getreten. Der Count wurde auch aufgemischt von uns. Wir haben alle Helden in diesem Spiel gespielt. Es hat mir ja richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr wart auch mit ein bisschen Freude eurerseits mit dabei. Das war auf jeden Fall richtig schön. Manche Male hat es gelaggt. Sagt er mehr an meinem Computer als am Spiel. Manche Male war die Kameraeinstellung scheiße. Manche Male habe ich einfach nur selbst gefällt. Aber manchmal war das Spiel auch unglücklich konstruiert. Möchte ich sagen, Halfbrick Studios. Programming, Artist, Chrome Studios. Hier laufen jetzt die Credits durch. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt in einem separaten Part mache. Weil wenn ich die Credits ohne meinen Regen aufnehme, um sie euch einfach zu zeigen, was meiner Meinung nach immer dazugehört, wird manchmal der Soundtrack, also der Audio des Videos gesperrt. Aber solange ich dazu rede, ist es okay. Aber wenn ich es alleine lasse, muss ich mal gucken, wie das dann ist. Ja. Das waren doch echt schön. Alter, die harte Technomucke. 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 Hört euch nur die Technomucke an. Ja, das erinnert uns an die Klon-Missionen, die grandios waren wirklich. Vor allem die mit den Kampfläufern fand ich sehr, sehr cool. Haben auch Teiljahreiche Jedi-Missionen. Sehr schöne Einfälle einfach. Mit den Masken, dass man sich da Masken aufsetzen kann. Immer ein bisschen Humor bewiesen. Die Dialoge zwischen den Jedi, wie sie sich immer sticheln. Die Kampfdroiden, wie sie übereinander reden. Kat Bane zum Beispiel. Eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere. Wirklich ein lustiger Kerl. Haben sie echt gut hingekriegt. Wie sie jedem einzigen Klon-General. Commander Gree, Commander Pons. Commander Cody und Drex. Immer, obwohl sie alle die gleiche Stimme haben, so ziemlich. Und aus dem gleichen Embryo sind, sind ja Klone. Einen eigenen Charakter mit reingebracht haben. Aber muss ich wirklich sagen, Respekt vor den Entwicklern. Von LucasArts und Chrome Studios. Das war richtig gut. Und ja, auch die Story ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Passt auf jeden Fall ins generelle Star Wars Konzept. Haben sich gut was einfallen lassen. Haben wir eben den neuen Charakter, der auch Hauptcharakter dieses hier eigentlich war. Kulteska einfließen lassen. Und Anakin und Ahsoka waren eben so ein bisschen die Hauptkriege. In memory of LucasArts Division Entertainment. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ein Abo. Als nächstes werde ich versuchen, wieder Cota 2 anlaufen zu lassen. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Da sehen wir die Ahsoka. Äh, die Ahsoka. Die Synchronspeicher. Anakin Skywalker, Mac, Atlanta und so weiter und so weiter. Erzähler, C3PO und Yoda. S.H. Ventress, Sumi Nara und Dully. Aayla Secura, Kid Fisto, Kulteska. Ja. Musik bei Kevin. Keiner. Richtig schönes Spiel. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Wer ein Star Wars Fan ist, sollte es auf jeden Fall. Wenn er Humor versteht und auch, äh, The Clone Wars, die Serie mag, basiert ihr auf der Serie. Der Zeichentrick der Animierten. Der solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Ein grandioses Spiel. Und die Musik ist irgendwie so leise, dass man sie nicht mehr hört, ne? Ja, was kann ich noch sagen? Mir hat's gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wenn's, dann gebt einen Daumen nach oben. Keine Ahnung. Abo. Lasst einen Kommentar da, wie ihr das Spiel fandet. Alter, sind das lange Cradits. Haben doch eine Menge Leute an diesem Projekt mitgemacht. Ich hab jetzt ziemlich viel im Voraus aufgenommen, aber es sollten so... Boah, ich schätze mal 35 Parts sein ungefähr. Also nicht allzu lang. Aber doch. Sehr schön. Marketing sehen wir. Direktor auf Global Marketing, Peter Kingsley. Der Gute kenne ich auch persönlich. Public Relations. Herrlich. Ja, Leute, dann würde ich euch sagen, lasse ich euch noch mit den Cradits allein, die dann ausdudeln werden. Und ja, kann, wie gesagt, kann ich es euch nur wärmstens empfehlen. Jetzt wiederhole ich mich auch. Ein wirklich schönes Spiel, wo sich viel Mühe gegeben wurde, die einzelnen Jedis. Jedi heißt ja, die Mehrzahl umzusetzen. Und alles in allem hat's eine Menge Fun gemacht. Eingebackst waren da. Einige Lags. Das war alles ein bisschen unschön. Aber insgesamt ein sehr gelungenes Spiel. Lob an LucasArts und Chrome Studios. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Projekt. Vielleicht ja, Cota. Ich werde es jetzt irgendwie versuchen, wieder aufzunehmen. Wurde ich auch schon per Nachricht gefragt nach. Also das wird wahrscheinlich kommen, Cota 2. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Monate pausiert ist. Gut, dann sehe ich euch bei meinem nächsten Projekt hoffentlich und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Wochenende, was ich gerade habe. Oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Crazyoni verabschiedet sich. Mr. Crazyoni. Ciao. Was ist mit dem Schiff? Die Stabilisatoren. Sie starten nicht. Haha, lol. Ach ja. Ventress und Doku und Cat Bane. Niemand legt sich mit Cat Bane. Das ist wohl der Stabilisator. Ach, herrlich, diese Endszene. Dafür liebe ich das Spiel. Für diesen Humor einfach. Für diesen genialen Humor. Ja. Also George, Lucas und Co. haben da wirklich was ganz Zauberhaftes hingebracht. Herrlich. Also. Ich verabschiede mich, wie gesagt. Ciao. Bis zum nächsten Mal.